. . . . . . . . . Freut mich echt? Magic. Magic Mike. Vielleicht versuchen Sie mal das andere Hemd. Ohne was drunter, nur mal so zum Vergleich. Mach ich. Zum Vergleich? Na klar, zum Vergleich. Ja, schon klar. Hab's voll gerockt. Puh! War nicht böse gemeint. Wollen wir nachher vielleicht Sex haben? Nein! Wir reden hier von einem Tier. Einem hochintelligenten Tier. Sehen Sie sich selbst als Mensch. Einspruch. Stattgegeben. Der Zeuge kann kein Einspruch. Abgewiesen. Unser Brechung. Schuldig. Spekulation. Hörensagen. Hins Diener. Hins Achtung. Ins Richterzimmer. Wenn Sie auf den Zeugen Sie belästigen. Keine weiteren Fragen. Wir könnten voll die Anwälte sein. Bang! Scarlett! Na Scarlett könnt ihr euch sparen! Ich will den Film mit dir! Mensch wie, wach die Tür auf! Wach die Tür auf! Ja, ich versuch's ja! Ach du dickes Ei! Die andere Tür! Mach die Tür auf! Jo, Vini. Hat deine Freundin dich aus dem Schneideraum rausgeschmissen? Nein, mein Co-Financier. Echt? Meine Jungs brechen die Tür für dich auf. Ich hab Hemster hier, der ist irre. Ich bin irre. Was bis dahin unvorstellbar war. Und jetzt hör auf zu zu grinsen, du machst mir Angst. Okay, Entschuldigung. Hans! Für dich! Für dich! Für dich! Für dich! Der ist ein Mann. Der ist ein Mann. Das war's. Der ist ein Mann. Der ist ein Mann. Der ist ein Mann. Es ist Alzheimer. Thomas. Thomas Müller. Ich weiß fast gar nichts über dich. Es ist besser so. Nein, ist es nicht. All diese Jahre warst du auf der Welt und hast nicht wirklich gelebt. Ich weiß nicht wie. Wir sind die Einzigen, die das können. Was? Glaubt ihr, ich war früher nie in einer Spielhandlung? Ich bin dein beschissener Albtraum. Ich werde dich vernichten. Was bist denn du für ein Vogel? Ich bin diejenige, die dir den Schwanz abschneidet und an die Stirn taggert, damit du aussiehst wie ein schlappschwänziges Einhorn. So ein Vogel bin ich. Mrs. Reaver hat gerade mit einem gewissen Frauenproblem zu kämpfen. Können Sie es nicht einfach anhalten? Nein, das ist so. Einmal im Monat scheidet mein Uto durch seine Schleimhaut aus. Er scheidet sie aus. Und schwemmt die Eier dadurch runter in den U. Oh mein Gott. No puedo esperar verte entre rejas. Ob es dir gefällt oder nicht, du und deine Freunde gehören jetzt dazu. Ich habe keine Freunde. Ich habe Familie. Hey, wie heißt du? Ich bin Ant-Man. Ich weiß. War nicht meine Idee. Die Zeit der Käffen ist vorbei. Ich sehe ein Bild meiner Tante. Einer Frau, die mit mir über das Leben sprach. Das ist wie in einem James Bond-Film. Und du bist Sean Connery. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Billy Hope diesen Kampf gewinnen. Die Chancen stehen schlecht für ihn. Die sagen, du schaffst es nicht. Du bist fertig. Das ist deine Chance. Zeig's ihm. Du hast dein Schicksal selbst in den Händen. Oh, das war der altbewährte Bratfangentritt. Wo ist der? Ich komme wieder. Was? Ich gehe zu? Das ist der Schicksal. Auf, das war die Bockstühle. Wir werden gerade die Schläge machen.